Der, der uns im Topf hole begeisterte im letzten Jahr und so was hier auch im Ring zu Pützenkreisen war. Der heute in dem Weltkrieg haben wir eben der 5. Ball DiCaprio in D'Avignon. Na, irgendwo ist er noch da. Und dann wollten Stein der 2. Der fährt besser hin wie der andere. Der fährt besser hin wie der andere. Der fährt in Dänemark im Jahrzug auf. Und seinen Kohlen habe ich schon besprochen. Meine Damen und Herren, ein Augenstecker sondergleichend. Mit Alain Gröhe, Blue Horse, Farrer, aus dem Jahrgang 2000. Das Exquisite hier dokumentieren, meine Damen und Herren, aus dem Hause Fürstenball. Wir sind mittlerweile schon sehr entlastlich wieder geworden. Da müssen wir wieder einen neuen Gegenhalten, aber es ist gar nicht so einfach. Aber unsere alte große Furioso-Linie, Herr Mannestang, setzt ihn konsequent durch. Und Donald immer wieder als Sonderelemente dazwischen über den Muttervater vom Fürstenball und den Großvater der sehr guten Mutter. Der Dessertroost vom Dekatrion, ein Davion-Taladis. Also diese Blumentextur bringt das Bescheidung. Hier auch auf Erkenntnis. Im Atterdorf geboren. Der Dessertroost vom Dekatrion. Der 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 Dekatrion. Ja, ja. Sehr reich. Sehr reich. Sehr reich. Das ist 18. 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 So, Uwe, wenn ich die kurz unterbrechen darf. Ja, ja. Ich will ein paar Wörter sagen zu meinem Bereiter Alain Grün, der heute eine hervorragende Leistung gebracht hat. Ja, der hat gewonnen sein. Nein, wir wissen ja alle, wie die Dänen und besonders die Wikinger, die sind ja besonders hart. Aber dieser Junge ist Montag vom Viertel geflogen, hat sich zwei Ritten halbwegs gebrochen. Aber nichtsdestotrotz sind der vier Hexe hervorragend froh heute und ich glaube, dass wir Ihnen einen riesen Applaus haben. Ab und zu wegwärts ist das auch. Aber... So. Alain, nur die Arten, ne? Die kommen in Garten. Nur die Arten, die kommen auch in Rathburg in Garten. Aber das ist ein Hausträger hier. Schauen wir euch das an. Wir haben einen Top-Mechs. Der Läden der Garten. Was im Weg gebraucht. Wir sind aber noch nicht zu Ende. Gott, Mann. Oh, einmal durchkommen. Den stellen uns wieder vor. So bist du. Ist. Alles für die Tolle. Erstmal Bewohnerung für dich. Alain Grün. Und Bluhorst Parel. Und Bluhorst Parel. Oh nein. Nein, zu Noron. Der wird für sich allein. Alain, wenn du richtig traust bist, da geben wir dir einen Applaus. So. Na. Der ist nicht gewaschen. Oh. Bleib locker. Bleib locker. So. Und weiter. So. Jetzt.